Ihr wisst, dass ich mir schon lange eine schöne Falle wünsche. Findet Steffi hier unten aber gar nicht witzig. Ähm, Amazon hat generell ziemlich coole Sachen. Wir haben jetzt auch eine Piratenfalle gerade raus. Ich hab sie schon bestellt. Ich freu mich drauf, sobald ich sie habe, zeig ich euch umgehen. Steffi, muss ich mir gleich nochmal angucken. Sieht man vielleicht mit der Beleuchtung jetzt besser. Das heißt ja, auf jeden Fall. Jawohl.